Es war wohl ein rechter Jubel. Damals, 1957, eine europäische Atomgemeinschaft war geboren. Was für eine Freude! Das Wunderkind wurde Euratom getauft, zur Geburtsurkunde quasi, einen Vertrag, dessen Wort laut sich vor lauter Wohlwollen und Für- und Zukunftsvertrauen in die Atomkraft regelrecht überschlagen hat. Ein mächtiger Spross sollte es werden und alle wollten dazu beitragen. Heute, 60 Jahre später, beklatscht von Seiten der offiziellen EU längst niemand mehr Euratom. Und auch nicht das, was daraus geworden ist. Oder hätten Sie im Rahmen der Feierlichkeiten zu den 60 Jahren römischen Verträge irgendetwas gehört? Jubeln das über Euratom? Oder überhaupt irgendetwas? Man könnte fast meinen, man schäme sich in dem ganzen Geburtstagstrubel für Euratom. Ein bisschen so wie für einen peinlichen Verwandten. Die einzigen, die vielleicht im stillen Kämmerlein die Korken knallen haben lassen, das sind wohl die Atomlobbyisten von Voratom und Co., die sich immer noch ins Fäustchen lachen. Über den gelungenen Coup ihrer Daseinssicherung in Form eines eigenen primärrechtlichen Vertrages. Einen geschützten EU-Vertrag, den Sie genießen können, ohne Ablaufdatum. 60 Jahre Euratom, Atomindustrie gefördert, privilegiert, geschützt. Wir finden, 60 Jahre sind genug. Deshalb steht die Verabschiedung einer Resolution an den Europäischen Rat, in der die Auflösung des Euratom-Vertrags gefordert wird, am Ende unserer heutigen Tagung, zu der ich Sie sehr herzlich begrüßen darf. Willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, zur vierten Nuclear Energy Konferenz, die zweite in Linz. Und diesmal die erste in diesem wunderbaren Schloss, zum zentralen Thema Euratom. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen und auch zum Teil weite Reisen nicht gescheut haben. Ganz besonders gilt der Dank natürlich unseren Vortragenden. Vier Damen und drei Herren, wir freuen uns sehr über Ihre Zusage, über Ihr Dabeisein. Ich darf noch kurz die drei Organisationen vorstellen, die zusammengeholfen haben, um diese Veranstaltung auszurichten. Das ist das Anti-Atom-Komitee mit Sandra und Elfi vom Anmeldemanagement und Manfred Toppler, der heute an der Technik werkt und dafür verantwortlich ist, dass sie mit Wort und Bild gut versorgt werden. Bei Claudia Kotgassner, meiner formidablen Kollegin beim Linzer Verein Atomstub, Atomkraftfreileben, laufen alle Fäden zusammen. Sie überblickt seit Beginn der Vorbereitungen die gesamte Organisation der Konferenz und sorgt auch heute unterstützt vom Zivildiener Fabian im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf. Wer noch nicht hier ist, um Sie persönlich zu begrüßen, das ist der eigentliche Ideengeber für dieses heurige Konferenzthema. Das ist unser Obmann Roland Ecker. Er hat sich entschieden, sein Talent, sein Wissen in einen anderen Dienst zu stellen. Er unterrichtet seit September sechs- bis zehnjährige Volksschulkinder und er wird also erst dann dazustoßen, wenn das Läuten der Schulglocke ist erlaubt. Als Plan B zu Roland Ecker bleibt es also an mir gemeinsam mit dem Antiatombeauftragten des Landes Oberösterreich, mit Dalibor Straski, diese Konferenz zu eröffnen. Mein Name ist Gabi Schweiger. Ich bin die Obfrau der Mütter gegen Atomgefahr, also des dritten Vereins und ich habe die Ehre, Sie geschätztes Publikum moderierend durch den Tag zu begleiten.